Und hallo YouTube und willkommen zu diesem Halloween-Spezial für das Jahr 2020. Und für dieses Special habe ich euch eine weitere Geschichte aus meiner Region mitgebracht. Die Geschichte vom Fledermausherz. Und diese Geschichte stammt aus dem Landkreis Freie und Grafenau in Niederbayern und trug sich vor über 100 Jahren zu, in dem jener Zeit, die immer 100 Jahre her ist. Damals lebte ein Holzbauer namens Michel und dem ging es nicht besonders gut. Er hatte einfach kein Glück. Immer liefen die Dinge schlecht für ihn und nie reichte das Geld oder sonst irgendetwas aus. Und lange wusste er sich auch nicht zu helfen. Dann aber hörte von dem Weg, wie er sein Glück und sein Leben verbessern könnte. Er hörte, dass der Teufel Glück verleihen konnte und weil er so unzufrieden mit seinem Leben war, ließ er sich auf diese Idee ein. Und der Weg, von dem Michel hörte, wie man diesen Pakt mit dem Teufel eingehen konnte, um Glück zu erlangen, war es, dass man sich das Herz seiner Fledermaus beschaffen musste. Und so fing sich Michel eine Fledermaus ein und schnitt ihr das Herz heraus. Und dieses Herz trug er dann in eine Kirche und versteckte es beim Altar. Denn über das Herz der Fledermaus musste eine heilige Messe gehalten werden, um den Pakt zu formen. Und nachdem dies geschehen war und sich Michel das Fledermausherz wiederholte, stand er mit dem Teufel in Verbindung. Warum genau das Herz dazu in eine Kirche gebracht und darüber eine heilige Messe gehalten werden musste, ist unklar. Doch dieses Fledermausherz war von da an seine Verbindung zum Teufel persönlich. Und von da an wurde sein Leben auch tatsächlich bald besser. Erst lief es in seiner Arbeit viel leichter und einfacher und dann begann er viel mehr Glück zu haben und gewann stets jede Wette und jedes Spiel und auch beim Handel schien alles besser zu gehen. Das Fledermausherz brachte ihm eben jenes Glück, das er so lange vermisst hatte und noch dazu Reichtum und für eine Weile war Michel sehr froh damit. Er genoss sein neues Leben und sein neues Glück, doch all das hatte er nur dank des Paktes mit dem Teufel und der hatte einen Preis. Je länger er sein neues Glück, seine Erfolge und sein neues Leben genoss, desto mehr wurden auch seine Sünden und die begannen bald schwer auf ihm zu lasten. Rasch wurde diese Last so schwer, dass alles Glück und alles Schöne eben nicht mehr gut und schön war. Michel konnte es bald schon gar nicht mehr ertragen und kein Glück der Welt schien diese Last wert zu sein und er wollte den Pakt nicht mehr haben. Und so versuchte er das Fledermausherz loszuwerden, um den Pakt mit dem Teufel zu brechen. So nahm er es und warf es in den Wald, doch so einfach sollte es nicht sein, denn kaum dass er es in den Wald geworfen hatte, war das Herz wieder zurück in seiner Tasche. Der Teufel wollte es ihm nicht so einfach machen. Als nächstes hoffte Michel den Pakt vielleicht brechen zu können, wenn er das Fledermausherz weihte und so nahm er es wieder mit in die Kirche und tauchte es sogar in das Weihwasser dort und warf es dann weg. Doch wieder, kaum dass er es geworfen hatte, fühlte er das Herz wieder in seiner Tasche und der Pakt war noch immer vorhanden. Und da dachte er sich, dass das Herz vielleicht durch Feuer zerstört werden könnte und so warf er es in die Flammen seines Herdes. Doch das Herz verbrannte nicht. Wieder kehrte es einfach in seine Tasche zurück und das kleine Fledermausherz war nicht verkohlt und nicht verbrannt. Es war so neu wie am ersten Tag, als es aus dem Tier geschnitten hatte. Egal was er versuchte, er konnte das Fledermausherz einfach nicht loswerden. Und noch immer lasteten seine Sünden schwerer und schwerer auf ihm und wurden mehr und mehr. Und schließlich ging Michel verzweifelt auf eine Wallfahrt nach Passau und dort traf er einen Kapuzinermönch. Und dieser wusste nun endlich Rat, nachdem Michel ihm seine Geschichte anvertraut hatte. Um das Herz loszuwerden und den Pakt mit dem Teufel zu brechen, sollte er in einer vorherbestimmten Losnacht um Mitternacht nach einem Feuer Ausschau halten. Nur dieses Feuer der Losnacht, das er nur dann und dort finden könnte, würde das Herz zerstören können. Doch auf dem Weg dorthin dürfte er weder nach links und noch nach rechts schauen und auf keinen Fall umkehren. Er würde direkt zum Feuer gehen müssen, denn wenn er es nicht tat, würde Michel den Pakt nicht brechen können und der Teufel hätte für immer Macht über ihn. Als dann die Losnacht kam und Michel Ausschau hielt, sah er auch tatsächlich ein Feuer, wie es vorherbestimmt war. Er sah in der Ferne im Wald bei einer alten Kreuzlinde ein großes Feuer brennen und dorthin machte er sich sogleich auf den Weg. Der Teufel unterdessen versuchte natürlich ihn vom Weg abzubringen und je näher er dem Feuer kam, desto mehr bogen sich die Bäume und sie ächzten und krachten unter einem mächtigen Wind. Es wurde bald so schlimm, dass Michel meinte, die Bäume würden allesamt brechen und ihn erschlagen. Aber egal wie heftig der Sturm wurde, Michel ging weiter. Geradewegs sah er auf das Feuer bei der großen Linde zu, denn nur so konnte er den Pakt brechen und er dürfte keine Angst vor dem Sturm des Teufels haben. Schlimmer und schlimmer wurde der Wind um ihn herum und als er das Feuer endlich erreicht hatte und das Herz hineinwarf, war der Sturm auf seinem Höhepunkt. Der Wind heulte und tobte, als das Fledermausherz verbrannte und als es dann endlich verbrannt war, war der Pakt mit dem Teufel gebrochen und sogleich verschwand auch sein Wind und der Sturm des Teufels legte sich. Und dieses Mal kehrte das Fledermausherz nicht zurück. Michel hatte den Pakt tatsächlich gebrochen und war das teuflische Zaubermittel für immer los. Und er war mehr als froh, dass er all das nun endlich hinter sich lassen konnte. Am Ende war der Preis für sein Glück, den das Fledermausherz verlangte, doch zu hoch gewesen. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Halloween-Spezial und nicht vergessen, wenn auch ihr einen Pakt mit dem Teufel für Glück eingehen wollt, stellt sicher, dass ihr euren Kapuzinermönch zur Konsultierung zur Hand habt, da ich dann erklären kann, wie er wieder aus der ganzen Sache herauskommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017